Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Linseneintopf mit Kürbis und Feta. Der Linseneintopf mit Kürbis und Feta ist ein schnelles, einfaches und vegetarisches Gericht. Für vier Portionen werden folgende Zutaten benötigt. Liter Gemüsebrühe 600 Gramm kleiner Hokkaido-Kürbis 240 Gramm rote Linsen Zwei kleine Stangen Lauch Rapsöl Etwas Chili-Gewürz Zwei L Aceto Balsamico Dalmodena Salz Kardamom Kreuzkümmel Zwei Knoblauchzehen 400 Gramm möglichst fester Feta-Käse Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett Kochmesser Kochtopf Pfanne Zubereitung Den Lauch waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. Den Kürbis würfeln, er braucht nicht geschält zu werden. Lauch und Kürbiswürfel in Rapsöl andünsten und mit Brühe auffüllen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, dann die Linsen dazugeben und garen. Knoblauchzehen klein schneiden. Mit den Gewürzen abschmecken. Feta in Scheiben schneiden und in Rapsöl anbraten. Kürbislinsentopf mit Feta-Scheiben anrichten. Als Beilagen eignen sich Barget oder Kartoffeln. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Kürbiswürfel in Rapsöl in Rapsöl in Rapsöl in Rapsöl in Rapsöl